und rein von der technik her und dem herr nicht unbedingt gut anders war da obwohl er nicht perfekt war glaube ich wenigstens vom tisch aber macht immer irgendwo noch was raus 130 meter für anders badal auch nicht so starken aufwind war aber jetzt nicht so schlechter sprung oben ist auch nur von perfekt ist ein bisschen flacher als der thomas morgenstern aber so jetzt